Hey da Leute, wir spielen weiter. Wir spielen immer noch mit dem Sue Assassin und ich habe mir so gedacht, okay, ich mache mit dem Sue Assassin erstmal Rang 9 fertig. Wenn wir dann Rang 8 erreicht haben, werde ich eventuell auf den Tempo Vampire wechseln oder mir ein ganz neuer Stack erstellen. So habt ihr wenigstens ein bisschen Abwechslung und ich natürlich auch. So, das heißt, wir spielen mit dem Sue Assassin einfach mal eiskalt weiter und ich switche direkt mal ins Spiel. Okay, Mr. Madness. Schauen wir mal, was mich erwartet. So, den wilden Bestienrufer können wir getrost mal rausnehmen. Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Klippenläufer brauche ich jetzt ehrlich gesagt noch. Na, der ist ziemlich gut fürs Endgame. Seid gegrüßt, Freund der Marsch. Zum Große Bürger. Ich hätte mir natürlich gewünscht, ein paar frühere Karten zu haben. Grüße. Aber, wir kriegen das auch so hin. Na ja, so. Russian können wir jetzt sehr, sehr schwer. Das gibt ihnen natürlich jetzt die Möglichkeit, gutes Board aufzubauen. Sieht ihr am Beginn, wenn es die oberste Karte deines Decks kommt? Bevor du sie ziehst, du kannst sie abwerfen. Eigentlich ganz interessant. Äh, ein paar Karten. Mögen die HIST mir beistehen. Eigentlich auch noch nicht ganz, ne? Da muss ich mich auch nochmal komplett neu reinfuchsen. Wir spielen den Hausgenossen natürlich links. Der bringt mir nichts, wenn er dann recht zügig getötet wird. Müssen wir natürlich gucken, dass wir Druck aufbauen. Wenn er jetzt etwas anfängt, Schaden zu machen. Es ist okay. Es ist okay, wir ziehen die HIST, na? Bitte nur den markierten Weg betreten. Damit kann ich leben. Shea soll euch holen. Ich muss aber dafür sorgen, dass ich immer mehr Leben habe als er. Das wäre schon mal wichtig. Das könnte ich jetzt eigentlich auch erreichen damit. Viel zu einfach. Also wie ich gerade schon mal anschauen, habe ich etwas mehr. Und würde die königliche Weise auch jetzt dezent mal spielen. Wie ich sehe, benötigt ihr meine Weise. Schutzzauber durchbrechen. Schutzzauber ist schon mal richtig gut. Dann wird er nicht mal so schnell erledigt. Gut gemacht. Ich will einfach nur mal gucken, ob wir es schaffen, schneller Schaden zu machen als er. Könnte funktionieren. Ich meine, wir haben ganz viele Sturmangriff-Kreaturen. Was heißt ganz viele? Wir haben welche. Damit könnte es schon klappen. Und außerdem haben wir noch die Kreis in der Harp hier. Damit können wir ein paar von denen immer mal zwischen den Harp. Das sieht schon mal gut aus. Ich greife nur mit mir hier an. Dann greife ich hier auch an. Auch wenn er jetzt Karten zieht ohne Ende. Das heißt ja nicht, dass er sie ausspielen kann. Ich will gerne noch einen Hausgenossen spielen. Ich könnte auch jetzt erst etwas mehr Druck aufbauen. Mit der Königin Barenzia. Dann kann ich halt eben nur eine Karte spielen. Und das finde ich halt persönlich doof. Den Hausgenossen spielen wir jetzt mal. Und die Kreis in der Harp hier um den etwas aufzuhalten. So, jetzt kann er sich wieder aussuchen, ob er die Karte behalten möchte oder nicht. Wir haben dann schon ganz gut... Wir haben schon ganz gut die Möglichkeit, jetzt Schaden zu machen. So, meine Freundin macht wieder im Hintergrund Radau. Das werde ich dann später bestrafen müssen. Wir könnten dann in der nächsten Runde die Königin Barenzia spielen. Ihr braucht jetzt einen starken Arm. Und dann auch den kramfester Verräter. Er hat versucht dann natürlich links auch etwas Bord aufzubauen. Weil er Angst hat. So, mit ihr hier auf der rechten Seite können wir natürlich nicht Angst machen. Raffenbetrieben verboten. Ist ja so klar, ne? Was aber gut ist, Wir könnten den Rechts jetzt etwas aufhalten. Oder natürlich den links, aber den könnten wir sowieso aufhalten. Deswegen wäre es schon cleverer. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Ich finichte ihn. Und im Notfall kann ich den hier auch immer noch finichten. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich wahrlich nicht gerechnet. Okay. Wie viel Schaden können wir denn gerade machen? R7, R10, R12. Dann R16. Das erreicht alles noch nicht. Ich würde sagen, ich mache hier ein paar Sachen. Ich könnte natürlich links da reinrennen. Und er kann mir auch nicht so viel Schaden machen. Was aber ich sehr gefährlich finde. Okay, wir machen mal so. Ich mache hier noch ein bisschen Schaden. Ich mache hier noch ein bisschen Schaden. Ich mache so hier noch ein bisschen Schaden. Und spiele die Königin Valencia. Und zudem den Grabenfest der Verräter. Der ist dann erstmal im Schatten. Also kann er, muss er von beiden Seiten erstmal gucken, was er machen kann. Und ich habe die HP extra nicht in Schutz genommen. Also ich hätte sie natürlich auf die linke Seite transferieren können mit dem Blünenpirscher. Wollte ich aber nicht, weil ich ihn eher darauf locken wollte, ja, die Kreatur zu töten. So blöd das auch klingt, aber dann geht er wenigstens nicht ins Gesicht. Aber mit 6 Mana. Oder 7. Ja, durch den, durch den, durch den hat er 7. So viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Was er machen kann, was sehr, sehr bitter wäre, was sie auch töten würde, wäre dieser Eissturm. Der Eissturm fügt nämlich allen Kreaturen 3 Schaden zu. Ihm kann es eigentlich total egal sein, aber für mich wäre es echt schlimm. Wenn überleben würden immer noch die zwei. Und dadurch, dass die zwei überleben würden, verliegt ich einen Kippenläufer oder ich kriege einen Schlag an, wenn man würde da nicht gehen. Okay, was macht die für krasse Kombis. Okay, total. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Scheeha, soll euch holen. Tut das Gesicht. Jetzt, wenn wir das hier tun. Oh, komm doch nicht angreifen. Das ist natürlich schadenfroh over 9000, so. Hallo, Mann. Diese total krasse Kreatur kann nichts machen. Oh, der tut mir sogar ein bisschen leid. Der tut mir wahrlich so ein bisschen leid. Okay. So, bevor er irgendeine Prophezei... Äh, äh... Äh, bevor er irgendeine Prophezei mit ploppt, die böse ist, würde ich gerne den hier erstmal verlieren. So, dann würde ich mir dezent ein Leben geben. Haben. So, dann würde ich ihr auch noch den flinken Schlag geben. Dann kann ich ihn noch einmal angreifen, noch mal mehr leben. Und bin da erstmal schön safety first. Er hat keine... Also kann keine Karten mehr aufnehmen. Und das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ihr entkommt mir nicht! In einer Prophezeiung kann er sowieso... Kann er die ganzen gar nicht, äh, aufhalten. Äh, gutes Spiel. Gutes Spiel. Ein feiner Kampf. Viel zu einfach. Ein, was zu Ende. Hat sich tapfer gewehrt, aber... Das war echt mal ein cooles Spiel. Gewollt! Zahltag! Okay, Leute. Wir haben es fast geschafft. Noch ein paar Spielchen. Und dann, äh, switche ich auch mal das Deck. Aber ich hoffe, das macht euch trotzdem Spaß, auch bei diesem Deck mal zuzugucken. Oh, das ist eine ganz neue Karte. Die habe ich noch gar nicht. Oder doch, ich glaube, ich habe sie einmal. Äh, fessel eine gegnerische Kreatur. Das ist gut. Das ist richtig gut. Da könnte man eigentlich richtig gute Sachen mitmachen. Ich meine, es gibt sehr viele Fesselmöglichkeiten in diesem Spiel. Es ist echt sehr SM-veranlagt. Aber mit Drachen in Kombi ist eigentlich ziemlich cool. Okay, wir switchen direkt mal ins nächste Spiel. Okay. Gucken wir mal, was wir diesmal hinbekommen. Okay, den Kippenläufer, den nehme ich mal nicht mit. Den tapferen Beutelschneider. Den könnten wir nehmen. Königliche Weise ist für den Anfang auch gar nicht dämlich, muss ich sagen. Aber, wie ich schon immer ganz gerne sage, macht, auch wenn es gut aussieht, macht es erstmal weg und hofft auf niedrige Karten. Und was bekomme ich? Natürlich eine Sechser. So, ich gehe direkt mal rein. Der wird eigentlich immer aufgehalten, der Beutelschneider. Immer. Okay. Und dann muss ich seine Karte mit meiner eigenen Karte aufhalten. Der Beutelschneider ist es schon wert. Wenn er stärker wird, und dann wird er immer schwerer aufzuhalten sein. Tödlich, Beschwörung, fessel eine gegnerische Kreatur. In dieser Reihe, das ist ja eine affengeile Karte. Die habe ich ja noch gar nicht entdeckt. Die wurde bisher bei mir noch nicht gespielt. Tödlich und fessel. Leute, wieso benutze ich dann immer noch diese Abie? Hä? Da könnte ich eigentlich die Karte richtig geil in meinem Deck einbauen. Wow, Leute, so 2.0. Ich sehe es schon kommen. Achso, der hat vorhin ziemlich Angstmännlich. Dann switchen wir noch nicht die andere Seite. Können halt jetzt leider nicht angreifen, aber er ist schon mal einen Tick stärker. Okay. was er nicht schon alles versucht hat, um den wegzubekommen, diese scheiß Katze. Okay. Ja, die Königin Barenzia, die würde ich lieber erst spielen, wenn ich mehr Karten auf dem Board habe und die schwierige aufzuhalten ist. deshalb spielen wir mal lieber hier die Mondscheinfliedermaus. So, wir müssen gucken, dass wir Schaden machen. Also, wenn er eine Karte hat, um die einfach so auszulöschen, also, meine andere Katze, dann ist natürlich echt bitter für mich. Aber vielleicht hat er die auch nicht. Geht doch nicht rein. Okay, interessant. Interessant. So, wir können jetzt die zwei Karten hier links spielen oder den wilden Bestienrufer. Aber wozu eine Mana verbrauchen? Ist ja auch doof. Wir gehen rein. So gefährlich sind seine Karten, auch wenn er nicht, dass ich da jetzt so viel versuchen muss, ihn dann aufzuhalten. Da würde ich doch lieber wie die zwei Nancy nicht auf eurem Satz. Und da darf er jetzt erstmal glotzen. Natürlich wird er die zwei jetzt erstmal entfernen. Das ist ja klar. Aber hier können wir dann links weiter angreifen und haben in der nächsten Moment die Möglichkeit, den wir Bestienrufer zu spielen. Das ist gut. Der will den hier natürlich behalten. Das ist mir sowieso klar. Okay. Er baut gut was auf. Die Karte ist echt gefährlich. So, wir hätten jetzt die Möglichkeit. Die Möglichkeit sind beschissen. Okay, ein bisschen was gibt es schon. Damit habt ihr nicht gerechnet was. Wir gehen erstmal straight rein und spielen. Also ich hatte eigentlich, also mein Grundgedanke war den Verräter da erstmal rein zu schicken und dann die Königin Marenzia. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Er würde dann eine von denen auf jeden Fall töten. Also die hier auf jeden Fall, weil er dann eine Karte bekommt. Und dann hätte er zwei und ein Wächter. Den hier kann er nicht töten. Dann müsste ich da auf jeden Fall rein gehen. Also in den anderen rein gehen und dann wäre die auch tot. Aber ich hätte die Königin Marenzia und könnte trotzdem Schaden machen. Das wäre natürlich echt toll. Aber so arg leide ich ja noch nicht hier in der Not. Deswegen spielen wir erstmal den der der Beste in die Fall. Vielleicht kriegen wir ja was Gescheits. Oh, das ist in Ordnung. Gibt's schon mal das? So, wie ich's prophezeit hab. Das ist halt so eine Karte, die müsste man schon aufhalten. Er nervt damit ziemlich. Okay, wie jetzt haben wir so'n Gegner bekommen, der halt ständig über die Kreaturen von uns fesselt. Das macht das sehr, sehr schwer. So, da müssen wir jetzt reingehen. Noch viel Wahl haben wir nicht. So, dann würde ich sagen, Schlachterfisch waren. Natürlich stehe ich auf eurer Seite. Natürlich stehe ich auf eurer Seite. Ja, auch nochmal. Äh, gramfeste Verräter. Damit haben wir schon mal, sind wir schon mal sehr, sehr gefährlich. Mit 8 Mana kann er ja, schon ganz gute Dinge machen. Können wir einfach nur hoffen, dass er keine hat. So, was hat er getan? Nimm ausgeführt und aufschlag auf deine Hand. Das ist jetzt richtig blöd. Das ist jetzt richtig blöd. Damit kann er halt Schaden machen, das ist fuck, ne? Den würde ich auf jeden Fall aufs Feld bringen, weil er natürlich drei Angriffe hat und da schiebe ich die hier einfach rüber und kann von links halt einfach nochmal Schaden machen oder die hier aufhalten. Das hätte mehrere Möglichkeiten. Okay. Ein toller Kampf. Es wäre natürlich schön gewesen, hätte ich jetzt noch eine Sprint-Kreatur, also einen Sturmangriff-Kreatur gehabt. Okay. Versuchen wir mal unser Glück. Gehen wir hier rein. So. Okay, eine Präferzeihung, die kann uns natürlich jetzt aufhalten. Also, jawohl, kann aber nicht. Kann er aber nicht. So, jetzt ganz vorsichtig. Okay. Hier auch. Bam, hat genau gereicht. dieser eine Scheiß-Wolf hat uns echt das Fell gerettet. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Voll geil. Richtig cool. Voll Spaß gemacht. Also, wir klettern richtig gut hinauf. Dauert nicht mal lang und dann haben wir es eigentlich schon ziemlich erreicht. Wir sind schon im Nacken angekommen. So, ich hoffe, das Match hat euch, also, das Video hat euch echt Spaß gemacht. Schade gerne beim nächsten Mal wieder ein. Demnächst kommen, wie gesagt, ganz versprochen neue Decks. So, lasst mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega darüber freuen. Ansonsten spricht mit mir über die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Liantyp.